Die 6 besten schwarzmatten Kleiderhaken Ich habe diese BVL-Matte-Schwarz-Handtuchhaken für mein Badezimmer gekauft und bin sehr zufrieden mit ihnen. Sie sind aus rostfreiem Metall gefertigt und sehen sehr elegant und modern aus. Ich habe mich für die selbstklebende Option entschieden, die problemlos an der Wand hält. Sie sind auch wandmondierbar für zusätzliche Stabilität. Diese Hooks sind sehr praktisch und halten meine Handtücher und Bademäntel perfekt. Sie sind auch sehr einfach zu installieren und haben eine hohe Qualität. Ich würde dieses Produkt empfehlen. Ich habe die ACMI Top Kleiderhaken ohne Bohren gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Mondhage war super einfach und es gab die Möglichkeit entweder Schrauben oder Klebeplatten zu benutzen. Die Haken halten wirklich fest und haben eine Tragkraft bis zu 15 kg. Ich habe sie in meinem Bad benutzt und sie halten meine Handtücher und Bademäntel einwandfrei. Außerdem sehen sie sehr schick und modern aus. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kaufte diese Wujuan Kleiderhaken und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Die schwarze matte Lackierung verleiht ihnen ein elegantes und modernes Aussehen, das perfekt in meine Küche passt. Die Haken sind aus Edelstahl hergestellt und fühlen sich robust und langlebig an. Die Größe ist perfekt für meine Bedürfnisse und sie halten meine Kleidung und Taschen sicher an der Wand. Ich schätze auch, dass sie in einem Set von 4 verkauft werden, was großartig ist, wenn sie mehrere Haken benötigen. Insgesamt bin ich mit diesem Produkterwerb sehr glücklich und würde es jedem empfehlen, der auf der Suche nach stilvollen Kleiderhaken ist. Ich habe mir vor kurzem die Suaves Kleiderhaken bestellt und bin sehr zufrieden damit. Die 8 runden Haken sind aus robustem Edelstahl gefertigt und haben eine elegante schwarze Farbe. Dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials waren sie schnell und einfach an der Wand zu montieren. Ob im Badezimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer, die Haken sind vielseitig einsetzbar und halten auch schwerere Kleidungsstücke und Handtücher sicher auf. Außerdem sind sie rostfrei und somit langlebig. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich nur weiterempfehlen kann. Ich habe vor kurzem die Gwina Doppelt-Wandhaken gekauft und bin sehr zufrieden damit. Ich mag das minimalistische Design und die mattschwarze Farbe sieht so elegant aus. Die Wandmontage war sehr einfach und die Haken halten meine Jacken und Handtücher sicher an der Wand. Die Zinklegierung ist robust und von guter Qualität. Ich kann diese Mehrzweckhaken jedem empfehlen, der ein stilvolles und praktisches Accessoire für sein Badezimmer oder seine Garderobe sucht. Ich habe mir die 8 Stück Kleiderhaken Schwarzmat von Mokife gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind aus robustem Edelstahl gefertigt und haben eine Dicke von 3 mm, was sie sehr stabil und langlebig macht. Die Haken sind einfach zu installieren und werden mit den Schrauben geliefert. Ich habe sie in meiner Küche angebracht und kann jetzt meine Töpfe und Pfannen aufhängen. Die mattschwarze Farbe sieht sehr elegant aus und passt gut zu meinem modernen Dekor. Insgesamt eine tolle Investition, ich kann sie nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.